Jule, bist du glücklich, wenn er ihn in deine Hand nimmt? Klar. Und was willst du dann noch von David? Ist doch was ganz anderes. Ich schwöre, wenn noch mal eins von deinen Viechern abbaut, dann kill ich die. Auf, Plätze, fertig, fluss! Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre. Du bist 14, Nora. Da hat man so viele unterschiedliche Gefühle. Besetzt! Mama, auf! Gib mal deine Hose. Ich wasche die aus. Wer ist denn das? Das ist die neue aus der Nachbarsklasse. Die heißt Romy oder so. Als ich vorhin geschwommen bin, da habe ich was im Wasser gesehen. Es sah wunderschön aus. Ganz so voll gepumpt mit Licht und Wasser. Und als ich es dann hochgeholt habe, da war es nur eine einfache Plastiktüte. Stell dir mal vor, so ist es mit einem schönen. Es ist da. Und dann ist es einfach wieder weg. Glaube ich nicht. Es war wohl sowas. Untertitelung. BR 2018